moin leute hier ist euer blaze wir nehmen hier ein kleines video auf hallo twitch hallo youtube ihr denkt euch bestimmt wie fast jedes quest item bei nach mir die sinnflut geben es einfach nur kistennoten da findet ihr dieses silber artefakt aber nein das ist falsch aber wenn ihr jetzt hier in diesem bereich seid müsst ihr einfach nur mal einen ganz chilligen weg nehmen ihr geht hier einfach rauf ganz easy peasy und dann könnt ihr das artefakt looten ich hoffe ich konnte euch helfen bis dahin